So, da sind wir schon bei der nächsten Aufgabe, nämlich führe einen Neustart durch, nee, führe einen Neustart bei einem Teammitglied durch. Ach Gott. Dann kurz, das werde ich euch gleich direkt zeigen, das ganze mache ich mit meinem Mod zusammen, der Till, Phantom. Wir machen das ganze in Du, ist nämlich eigentlich ganz simpel zu machen, aber kurz, wie gesagt, in eigener Sache. Ihr seht hier unten, der Creator-Code ist da. Das habe ich natürlich nur euch zu verdanken, Gruß geht da schon mal an alle raus. Wie gesagt, einfach hier in den Shop gehen, wartet, in den Shop, unten rechts klicken, YouTube Family Hack eintragen, dann auf annehmen und schon unterstützt ihr mich schon allein damit. Wenn ihr natürlich noch was kaufen würdet, wäre natürlich noch besser, aber es ist natürlich kein Muss, um Gottes Willen. Ich kann nicht von euch verlangen, irgendwas zu kaufen. So, dann als Belohnung, dafür, dass ich den Code bekommen habe, werde ich morgen um 18 Uhr eine Skin-Verlosung machen, im Livestream, also auf YouTube. Also, wenn du noch kein Abonnent bist, gerne dein Abo raushauen, Glocke aktivieren, macht Sinn, was das betrifft, weil so kriegst du mit, wenn ich direkt da bin, gerade auch wegen Custom-Games, hast du nicht gesehen. Dann des Weiteren, gerne eine Freundschaftsanfrage schicken, nämlich an yt-familyhack. So, genau so, dann auf Abschicken, logischerweise kann ich mich nicht alleine eine Freundesanfrage schicken. Das Ganze ist deshalb, weil wenn ihr einen Skin gewinnt, wir müssen mindestens zwei oder drei Tage miteinander befreundet sein, weil ihr seht hier der Prime zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Verlosung machen würde und er würde gewinnen, könnte ich ihm den Skin jetzt nicht schicken, weil es halt noch nicht möglich ist. Das ist deshalb gemacht, falls ihr den Account geklaut bekommt, in Anführungszeichen, dass derjenige sich nicht direkt findet, den V-Bugs, die, ich sag schon, die Skins rüber schicken kann. Ist halt einfach eine Sicherheit von Epic Games. Ist natürlich einerseits gut, aber für mich als Streamer halt ein bisschen nicht so gut, aber ist halt so. Aber auch das werden wir schaffen, dann müssen wir halt uns zusammensetzen und sagen, such dir einfach innerhalb der nächsten Woche einfach einen Skin aus, sagt mir Bescheid, ich schicke sie dir dann rüber. Aber so, wir machen das Ganze halt in Du. Wieso steht hier wieder nicht bereit? Achso, du bist nicht bereit, deshalb. Ja, ich bin nicht bereit. Ja, kannst. So, am besten halt ist ja, am besten müssen wir ja dahin gehen, wo ein Bus ist, ziemlich nah. Naja, also, wir haben es vorher jetzt E-Mail gemacht, Mark und ich. Weil da landet eigentlich kaum jemand, wenn da nicht der Bus am Anfang ist. Ja. Eigentlich landet dann niemand, nie jemand. Ja, Sache einfach. Einfach, im Prinzip musst du dich halt dann hochbauen, runterfallen, sterben lassen, am besten direkt am Bus. Ich muss dich einfach nur rebooten. Eigentlich ist es eine simple Aufgabe, passiert halt eigentlich, eigentlich passiert es im normalen Spielablauf. Aber ich will euch natürlich zeigen, wie ihr das dann genau machen müsst. Und wir schieten da quasi in Anführungszeichen ein wenig. Erschieten ist es eigentlich nicht. Wir lassen uns halt einmal sterben, der andere rebooted wieder und schon ist alles gut. Ja, wohin? Oder sollen wir erst mal hier hin? Da hin? Was willst du da hinten? Der Bus. Der Bus ist ja hier, wie packt das. Ja, ja. Aber da hinten hochbauen, ich heb deine Karte hoch und geh dann rüber. Weil da sind ja auch die Häuser. Ja, da sind Häuser. Da ist ja diese Burg. Ja. Muss ja, glaube ich, die Burg sein. Und je nachdem, wie die Zone ist, sind die meisten eh durchgezogen. Also würde ich jetzt sagen, von der Route her so. Oder? Ja, machen wir. Machen wir auch. Weil dann haben wir wenigstens ein bisschen Loot. Weil logischerweise ein bisschen was an Waffen muss ich haben, falls doch irgendeiner kommt. Ich hoffe natürlich, jetzt kommt nicht der Prank des Jahrhunderts. Genau in der Aufnahme funktioniert es nicht. So. Ja, wo ich die Aufnahme gemacht habe mit meinem Sohn, hat auch nicht direkt funktioniert. Das Video habe ich viermal angefangen aufzunehmen. Dann kamen wir nicht mehr in Duos rein. Und oh, furchtbar, ey. Wie gesagt, wir fliegen jetzt extra so weit weg. Weil da logischerweise dann keine Gegner sind. Weil wir wissen ja inzwischen, die Bots fliegen auch 100 Kilometer weit weg. So, dass er quasi einmal sterben kann. Die Zeit kann ablaufen. Ich hole mir seine Karte und dann gehe ab zum Bus. Und dann ist die Aufgabe ja schon gemacht. Wenn wir es hinkriegen. Ich glaube, an der Burg bin ich noch nie gelandet. Interessant. Ich muss aber, glaube ich, schon mal gewesen sein, weil da so ein Winkelkarte war. War da, glaube ich, so ein Punkt. Ja, ich glaube, da war ein Orientierungspunkt. Aber bewusst, weil ich jetzt natürlich mal hier war. So, im Prinzip kannst du dich direkt hochbauen, weißt du, dass du stirbst. Ja, ja. Du kannst mich dann einfach... Dann geht es schneller, wenn du mich einfach nochmal hochkriegst. Wenn du mich dann einfach kurz an die Kante gehörst und dann fliege ich einfach kurz runter. Ja gut, denk dran, ich muss die Karte. Dann muss ich die 50 Sekunden warten. Ja gut, in der Zeit habe ich die gelootet. Eigentlich hättest du schon oben auf der Spitze landen müssen. Ja, ich habe jetzt die Metz bekommen heute. Ja, das ist gut. Sache, in der Zeit, wo du stirbst, kann ich heute gerade ein bisschen looten. Weil sonst müsste ich dich ja quasi wieder mit zurücktragen. Wie lange so ein scheiß Ding halten kann. So, machen wir gerade mal ein bisschen Leben wegen. Langstens voll. Die Zone ist natürlich genau in unserem Bereich. Ja. Sonst wäre es eine gute Runde. So. Nicht wieder Leben tragen. Warte mal, wo hast du dich hochgebaut? Hier war das, ja. So, beschleunigen wir den Tod mal ein bisschen. Und, shit. Siehste, geht gar nicht. Nee, man, wegen Kinez. Ja, andere können das machen. Ah, du bist ja gleich tot, von daher. Ja, vier, drei, zwei, eins, fünf. So, schnappt euch dann die Karte. Und dann ab zum Bus. Ist das der nächste? Ja. Wie gesagt, der nächste Bus wird dann halt immer auf der Karte gemarkiert. Ihr seht hier, hier die ganzen Symbole, da sind überall Busse. Und der nächste Bus wird halt immer direkt angezeigt mit einer Anzeige auf der Karte. Einmal hier, so wie jetzt hier die 200 Meter und aber auch oben, ganz oben im Bildschirm. Also egal, wie ihr lauft, ihr kriegt halt immer angezeigt, wo der nächste Bus ist. So, jetzt hoffe ich nur, dass hier keine Gegner sind. Und wenn, nur Bots. Aber wir müssen ja einfach nur gerade eben wiederholen, das war's. Wir verhalten uns einfach ganz unauffällig, als gehören wir hier einfach zur Deko. So ein Lava-Skinn, zur Deko. Ja, passt doch gerade voll hier in die Stadt. So, am Bus sind wir. Boah, ich glaube da oben war einer. Sicher bin ich mir jetzt nicht. Aber bis der hier ist. So, dann geht ihr einfach an den Bus hier. Dann noch Viereck. Und dann wird derjenige wiederbelebt. Und schon habt ihr die Aufgabe eigentlich erledigt. So, dann können wir eigentlich jetzt hier rumlaufen. Obwohl, eigentlich bin ich jetzt fertig. Ja, dann loote du mal. Ich stelle mich mal hier gerade in die Ecke. Und mach gerade schon mal das Thumball fertig wenigstens. Ich bin jetzt offen oder so. Oh, ja, ich bin jetzt offen. Alter, ja. Alter, aber ernsthaft jetzt? Na, egal, 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 egal. Egal, egal, ist egal. Ich baue, ich habe keine Quelle jetzt sein. Quelle, lass auf. Alter. Oh, da haben wir aber mal Glück gehabt. Da haben wir echt nochmal Glück gehabt. Bei der Aufnahme. Ach, ja. Ich hatte nur die Brau bis zum Beispiel. Egal, das Wichtigste habe ich. Du magst du gehabt. Oh, ja. Das wäre in die Hose gegangen. Weißt du, wie oft ich sowas früher hatte? Ne. Ja, ich sage jetzt nur, aber manchmal machst du so eine Scheiße dreimal, viermal. Ja, ich mache. Ja, mache ich. Womit. Achso, ja, ja, mache ich. Ja, ja, ja. Okay, dann würde ich dich halt schön am, ne? Als klar bis dann. Und noch viel Spaß, wollen wir aufnehmen. Uhhh, tut tut. Tschaui, tschaui. Pff, man darf in Samfälle, ey. So, da sind wir schon bei der... ja er kommt soll alter ist alles am leben so 50er war was machst du denn weil wir vor mir du du lieb Vielen Dank. Vielen Dank.